Sprung an den Griff! Er springt sonst wohin, Alter! Bist du da? Ja. Okay. Wir können jetzt das tun, was wir schon vor 7 Minuten haben machen können. Okay, lass uns rein. Plensch eine neue Waffe. Die automatische Schottung ist doch nicht so geil. Oh, guck mal, jetzt haben wir Weltstufe 4. Die ist gerade hochgegangen. Wäre ich nicht gefragt, aber... Du hast das automatisch gemacht. Ist doch okay. Ja, ich will noch mal gegen dich antreten. Gerade hab ich verloren. Wieso sind da jetzt englischer Untertitel, Alter? Vor der ganze Zeit deutsch? Junge. Beim alten Chef, Junge. Boah, Alter! Mach doch! Mach ihn fertig, Alter! Alter, ist das dahinter oder was? Sag mal, was spielst du da teilweise? Also du doof, du machst gar nichts. Bist du noch zu retten? Ich hab ja die Hälfte der Leute über den Haufen geschossen. Für mich standest du da gerade einfach. Jetzt am Ende, meinte ich. Hast du nichts getan. Naja, ich hab geschlagen. Naja, er schlägt einfach dann nicht mehr. Ich dachte, ich kann den Nacken verankregen machen. Einfach so. Kannst du auch eigentlich. Also ich kann schon... Nö, er legt da eine Frühstückspause ein, ein Idiot. Ja, du kannst nicht so zack, zack, zack. Nein, dann zack. Zack. Machen, so. Boah, ich bleib jetzt mal mehr in Deckung, ey. Alter. Jetzt seid ihr weggekokelt von dem scheiß Ding. Ja. Ja. Wir müssen jetzt die kleinen Viecher platt machen. Gibt dort nix. Mhm. Was macht er denn, Alter? Ist er noch zu retten, Alter? Mach ihn doch tot! Was ist denn los mit dir, Junge? Ich renne hier durch die ganze Pampa, Junge. Boah, Alter. Ich brauche... Was bin ich denn für ein scheiß Tank, Alter? Das gibt's doch nicht. Was ist das jetzt hier wieder? Ach komm, Alter. Leck mich doch diese... Ich will diesen scheißer Idioten nicht mehr spielen. Die Klasse ist doch scheiße. Ich blick da nicht durch. Oh, hier ist Loot. Ich loote erstmal fröhlich. Gravitationssprung, warte mal. Springt in die Luft und greife deine Ziele von oben an, wobei du den Gegner dort, wo du landest, in einem kleinen Radius... Ja, aber wo lande ich denn? Ich drücke Maustaste und er macht nichts. Dann drücke ich nochmal und dann fliegt er dahin, wo ich nicht hin wollte eigentlich. Das ist doch Schwachsinn. Ich dachte, ich kann auf den Gegner klicken. Kannst du denn da irgendwie hochziehen oder sowas? Dass du die Maus bewegst? Dass der Charakter sich bewegt? Mit WASD oder sowas? Ja, aber... Versuch's und dann... Ich ziele mit der Maus auf den Gegner sozusagen, auf den ich springen möchte und er macht's einfach nicht. Ich hab ihn unterbrochen. Das ist gut. So, jetzt mach ich mal hier. Ich visiere an. Ich drücke, ich drücke. Es ist das... Das ist doch die letzte Scheiße, Alter. Er unterbricht nicht. Ich brenne stattdessen, Alter. Leck mich doch am Sack. Boah, kann ich ihn wiederbeleben, ne? Hier, ich visiere ihn an. Drücke, 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 drücke. Er fällt einfach runter wie so ein fetter Stein, Alter. Leck mich doch. Jetzt muss ich wiederbelebt werden. Drücke, drücke, drücke. Oh, ich bin tot. Eliminierer Rainer und seine Truppe, Jungen. Rainer, der Eichhurt. So, wir müssen hier am besten erstmal Deckung halten und... Du willst gegen mich antreten? Naja, da kommt doch rum, der Eichhurt. Ich mein nicht ihn, sondern die anderen Gegner, die kleinen Viecher, die müssen weg... Oh, die Feuerwalze kommt. Aaaaaaah! Aaaaaah! Die Feuerwalze treibt dich doch förmlich da in die Meute rein, Alter. Krieg ich mal Heilung hier? Ich schieße auf die... Ich glaub, du musst in Deckung sein und eben näher dran. Du musst in Nahkampf sein. Also ziemlich nah. Ich bin gleich wieder tot, Alter. Boah, jetzt hast du Heilung gekriegt. Oh ja. Oh, jetzt... Jetzt ist er alleine. Jetzt mach ich mal hier ein paar Special-Dinger. Alter, auf den Kopf drauf. Unterbrechen! Na los! Spring, du Idiot! Der ist schon wieder voll live. Das gibt's doch gar nicht. Er hängt in der Luft wie ein Stück Scheiße, Alter. Ich konnte's bald nicht strahlen. Ich hätte das lesen müssen. Ach, Junge! Ich krieg keine Heilung. Da kommt schon wieder diese Drecksfeuerwalze. Lauf! Wieso? Alter, leck mich doch! Stier! Sprungangriff! Er springt sonst wohin, Alter. Du musst dich wieder benehmen. Der macht wieder was. Der will dich wieder heilen. Heil mich! Wieder benehmen! Was? Komm, 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 komm! Warum sind hier schon wieder so viele Gegner, ey? Ich bin schon wieder tot, Alter. Wieso konntest du zu mir laufen, als du tot warst? Ich glaub, ich hab ein Bug gewesen. Ich kann das nicht. Nee, ich auch nicht. Verwiegt. Boah, Alter! Oh, Taf! Sag mal, wir haben scheiß Waffen, glaub ich, ey. Das ist doch unglaublich. Was heißt denn jetzt Stufe 5? Achso, ich bin aufgestiegen. Oh Mann. So rein oder weg zum Strücher. Da unten steht, Team will überspringen. Ja, ich muss auch beide müssen. Ah. Ah. Pass auf, komm, ich bin wieder seine Drecksfeuerwalze. Uah! Mann! Ich bin schon tot! Gleich! Das gibt's doch gar nicht. Ich lebe noch, Alter. Ich muss unbedingt lernen, einfach wie man sich heilt, richtig. Ich hab ihn unterbrochen. Den Hund. Na los! Na los! Na los! Na los! Oh, ey. Ist das eine *** scheiße, Alter. Deco. Du zusammenschießen. Oh nein! Wo kommt es Bonzi denn bei mir? Ah, du musst dich rollen, dann geht das aus wohl, die Feuer. Hm? Jogi, du bist tot gleich. Alter, leck mich! Nimm, brauchst nicht, brauchst nicht. Ich konnte mich selber auch wieder verleben. Dafür hab ich mich verleben riskiert! Ich bin tot, Junge. Ich bin tot, Junge. Boah! Ich hab's erwischt! Alter, ich weiß gar nicht, von wo ich überall Schaden reinkriege, das ist Wahnsinn! Mann, ey, die Gegner, die spawnen irgendwo auf einmal, ne? Bist du wieder am Leben? Ja, ja, aber... Ich weiß nicht, was das Geheimnis daran ist, den Platz zu machen. Und ich weiß nicht, wie diese Scheiße hier funktioniert, Alter. Ich bin tot, Junge. Ich bin einfach wieder tot. Nein, ich auch. Schlag ihn doch nur in die Fresse! Schlag ihn doch nur in die Fresse! Mann! Alter! Was ist denn los, Junge? Sag mal, mach mal Weltstufe 1, das wird nix hier. Also, oder 2. Irgendwas, wir kommen mit der Klasse noch nicht klar. Und dem ganzen System nicht. Kann doch nicht wahr sein! Ich musste mir auch noch mal Tor-Tor erkucken, wie man hier unterbrechen kann. Aber wir kriegen halt beschisseneren Loot, das ist die Kacke. Aber er ist tot! Sag ich, er ist tot! Ballat rum! Ballat rum! So, erst hinüber. Wir müssen bloß die Ads noch wegmachen, wie es aussieht. Schlag ihm in die Fresse! Schlag ihm doch nur in die Fresse! Alter, bist du behindert! Schlag ihm in die Fresse! Schau! 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 Mich war jetzt deutlich einfacher! Klar! Aber wir kriegen natürlich nicht geil Loot dafür! Ja Ja, aber ich hab gar nicht gekriegt, andere! Ja, wir kommen, glaub ich, noch! Hier ist das offen und leer War das die nicht von vorhin, die du aufgedrückt hast Dass du auf einmal Loot gefunden hast? Das war die wahrscheinlich Hm Was? Wir kämpfen hier Um unser Leben Machen wir doch auch los, Idiot Weißt du, was die Uns angetan haben? Ich weiß, was du mir angetan hast Nein Nein Wollte einen auf Mitleidstour machen, was? Scheiße, hier sind Dokumente erstmal Die Soldatin wird seinen Kopf sehen wollen Boah, äh, gar kein Loot richtig, wa? Äh, die ganze Scheiße umsonst Aktive Mission Ich hab keine Ahnung, wo wir hin müssen Ich denke mal da Achso, hä? Hä? Keine Ahnung, ich renne einfach zurück Äh, nimm einfach mal an, oder? Äh, ich nehm mal an Mal gucken, wo es drin geht Wie du Wie du Wie geht Nö, kommt nicht Oh, hier ist Munition Warte mal, jetzt machen wir wieder Weltstufe 5 Du müsst jetzt Geht nicht, wir haben bloß 4 Ich hab 4, ich hab 5 So, wo müssen wir denn jetzt hin? Ich wähl mal kurz Was ich machen La, oder Das ist die LaFleidzeit Zu Durchschleide Widerstand Aha, 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 aha Boah, ich Da muss ich mir mal durchlesen Mit den ganzen Achso, zu der Hier abgeben Ach, zu der Ollen, ne? Boah, weh, da gibt's scheiß Loot für Da ist eine Rübe Exquisiten-Blut hier Nicht genug Kommst du klar? Brauchst du Sanitäter Oder so? Spinnst du? Ein Sani bringt mich hier schneller um Als dieses Schrappnell Nur keine Sorge Das hier wird dich schon überleben Na schön Sitzt da Und hält sich stundenlang ihre Quante, also Hey Massiert da ewig drauf rum Das war richtig so Puh, Belohnung Schrotflinde oder Sniper Hier haben glaube ich das Sturmgewehr Kritische Schrotflinde verursachen Eine Armonie Energie-Explosion Die im Umkreis von zwei Schaden verursacht Rüstungsurische Kugeln Dem Gegner mit wenig 50 Leben trefft Und fliegen durch den durch Aha Schüsse gehen in ein Schild Also ich nehme ein Sturmgewehr Die Fähigkeiten Die kannst du Wenn du die Zerlegst Die Waffen Kriegst du die Fähigkeit Für immer freigeschaltet Die kannst du dann Wenn du später craftest Auf der Waffe dann Drauflegen Oder ändern Deswegen ist es immer ganz gut Die Waffen dann zu Zerlegen Nee Das wollte ich nicht Das wollte ich nicht Carsten Ach Carsten Stimmt Ich bin ready Wir können die Mission So ewig machen Wie wir wollen Aber Wir können die ja nochmal machen Vielleicht kriegen wir dann nochmal besseren Loot Echt Können die so oft machen Ich glaube ich Du kommst zu spät Achso Du kommst zu spät Okay Meckert nur rum Alter Ja Wir wollen Spiel Annehmen Genau Ich hoffe Jetzt gibt es mal Besseren Loot hier Weltstufe 4 Jetzt packen wir es Mit unseren neuen Waffen Genau Au Feuer Nein Ich halte Sonst Feuer Alter Feuer ist hinter uns Ja Wir müssen uns einfach wahrscheinlich durch den Kreis bewegen Neue Gegner Hey Hab ich ihn doch noch Oh ne Oh ne Oh ne Ich halte gerade Kann man dich wiederbeleben oder Ne Ich kann Ich kann es einfach Oh scheiß Was hat er sich denn schon Kann ich mich wiederbeleben mehr Na komm gleich Okay Oh Das ist einmal jetzt Danke Ja Wieder Voll live Jetzt musst du unterbrochen werden Mein Lauf Oh zu spät Ich glaube du hast ihn auch unterbrochen Oder Der hat die Sonde Feuersonde wieder Nein Töte Der ist fast tot Na komm Ja Er ist tot Wir haben den Hund Er gleitet einfach weg durch die Wand Die Kiste ist leer Alter Ich kriege Ja Wir kriegen ja von ihr gleich wieder Na War mich nicht voll Hier hast du noch mal den Kopf Eine blaue Sniper habe ich gekriegt Und du? Keine Art Hä Was Wie Was Wo ist mein Loot Alter Der wurde unten nach rechts angezeigt Den hast du jetzt einfach reingekriegt ins Inventar Killshot Stellen 44 Lebenspunkte wieder her Uh Okay Ich schaue in irgendeine Maschinenpistole Die Kutzern Eigentlich bist du auch nicht Wie die anderen Outrider Ich werde die auf jeden Fall recyceln Und die Und die Und die Und die Und jetzt werde ich Dill drücken Du bist nicht wie die anderen Veränderter Die ich kenne Und eigentlich Bist du auch nicht Wie die anderen Outrider Du brauchst überhaupt den Händler Gar nicht zum verkaufen Alter Wenn du eh bloß Schrauben Und Dreck von dem kriegst Ja aber Ich weiß nicht Ob du Durchs Recyceln Wenn du das Zerstörst Auch kriegen würdest Chris Ich weiß es nicht Ja Du kriegst auch Schrauben Und den ganzen Dreck Warum brauch ich Schrauben Von dem Idioten Müssen wir mal gucken Wie viel man dafür Was kriegt So dann können wir ja mal Unsere Hauptmission Hier ist wieder was Zum looten Bist du schon wieder Hier bin ich Da ist Da drin Ist was Eisen Sehr gut Ich meine Sehr gut Weiß gar nicht Ob es sehr gut ist Titan Titan ist glaube ich Das Die ist Shit Okay Der Kampf geht los Pass auf Die können auch Deckung zerstören So gerade Holzdeckung Oder so Alter hat der mich getroffen Was ist das denn für eine Waffe Hau ab Ey, gefühlt machst du hier null Schaden irgendwie, keine Ahnung, also nicht du, sondern generell. Jetzt hab ich hier ne Waffe, die eigentlich stärker sein sollte, aber macht da irgendwie nichts. Also wir müssen, du musst dir aber vorstellen, wir haben auch immer einen hohen Rang, ne, also den höchsten, den es grad gibt, also die können auch niedriger gehen, aber dann findest du halt weniger Loot. Also ich mag sowieso immer ein bisschen herausfordernd. Ja, schon. Also meine Sniper macht schon ordentlich Schaden und kriegt eine Pfeilung dadurch. Okay, wir haben irgendwas gemacht. Stufe 6. Ah, hier ist ne Lootkiste? Ich hab ne neue Fähigkeit, der langt. Okay. Türkische Kugel, da gucken wir mal. Türkische Kugel. Türkische, genau. Oh, ich möchte endlich mal hier eine andere Fähigkeit freischalten. Hab ich ja gerade. Du musst Stufe 6 werden. Mhm. Und ab 9, dann gibt's ab 13, 17 und dann 22. Weil dieses komische Luftgeflieger irgendwo zu landen, ey. Also bei mir hat er die Fähigkeiten erklärt, also. Ja, wie gesagt, hab's ja nicht zu Ende geguckt. Oh, hier. Kleinen Wasser. Ja gut, Munition wahrscheinlich. Munition, so. Oh, hier ist noch ne Lootbox. Gucken wir erstmal um, ob hier wieder irgendwo Eisen gibt oder so. Eisen, hier. Uniform. Einfache Uniform. Ich hab doch grad ne einfache Uniform aufgehoben. Wo ist denn die? Wahrscheinlich unter deinen Jacken oder so. Ach so, ich, ah, ich muss die Finger explizit anklicken. Aha. Okay. Oh, was hab ich denn hier für ne Waffe? Eine ungewöhnliche, doppelläufige Waffe. Mhm. Wollen wir mal gucken, was die un... Ja, die ist wirklich außergewöhnlich. Wieso? Ach mal nur so. Oh, ein Boss ist das? Das ist der Boss, Alter. Das kommt schon wieder mit seiner Scheißfeuerwalze. Schon wieder haben wir den nicht getötet? Das ist Reiner, der Idiot. Ich drücke auf die Fähigkeit und dann macht sie einfach nichts, Alter. Leck mich doch. Wieso hat der jetzt eigentlich schon den Profi gewechselt? Das Spiel ist doch sehr geschwürdig. Ah! Ah! Springen! Oh, ey, ey, das blickst du nicht, ich blick's nicht, Alter. Wieso? Wenn die alle mal tot sind, dann müssen wir das mal üben. Ja, ich muss das mal einen kleinen Ätz üben, irgendwie. Ich hab doch die Waffe gewechselt, du Hurmsohn! Wollen wir uns überlegen, doch nochmal eine neue Klasse anzufangen. Ja. Vielleicht ist dieser Technogym was für dich, weil der ist auf Distanzkampf. Also Necromancer, oder wie das heißt, oder Feuertyp da. Ja, der ist mittlere Distanz. Vielleicht der Technogym da, der ist für Distanz. Ach so. Ja, der hält sich auch so. Ja, das hier ist nichts für mich, Alter. Das ist nichts für mich. Ich sehe wieder der Umher innen. die klasse ist scheiße ich hasse die ich fange noch mal neu an ich komme mit dem dinge überhaupt nicht klar diesen idioten für nahkampf geboren dann gehst du im nahkampf und stirbst du stirbst von mann zu mann aber weil er stundenlang braucht um den nächsten schlag in die fresse auszuführen ich will erstmal warten bis du für sechs dass du vielleicht deine nächste fähigkeit kriegst vielleicht ist das dann besser hier ist gerade einer weggeflogen keine fähigkeit ist viel cooler als mein scheiß hast du hinten bei dem boss die heilung die sachen aufgehoben ich laufe erst mal gemütlich hier gibt es wieder eisen stufe sechs jetzt kannst du eine neue fähigkeit auswählen also hast du eine neue das ganze hier erinnert mich stark an die mission damals in damaskus ich habe einiges an neue sache gekriegt was ist das denn hier schon ich musste deinen blöden der standard sie stürmte was und was macht eine neue fähigkeit eine barriere also ein kleines schutzschild im prinzip ne hier müssten direkt gegner kommen glaube ich hin und das eisen das eisen das eisen Ruhige dich. Oh, Granate. Hier ist Eisen. Lass erstmal Eisen einsammeln. Ja. Ist das noch irgendwas? Oh, da kommen welche. Oh, hier ist ja schon einer. Ja. Oh, du hast alles platt gemacht. Ich. Mach mal deine Fähigkeit da, deine neue. Ist das ein Schuldschuld oder irgendwie? Siehst du das? Ja, aber du kannst selber nicht ballern, ne? Nee. Aber ich. Hä, warum sind denn jetzt alle gestorben? Reflektierter Schaden. Keine Ahnung. Am Ende vielleicht, wenn es sich auflöst. Warte mal, ich geh mal hier kurz runter. Nee, kann man gar nicht runter. Okay. Warte mal, ich lese mal nochmal. Nee, du bist halt der Tank. Du schützt uns und wir können ballern. Achso, nach Aktivierung der Fähigkeit, also 10 Sekunden nach Aktivierung der Fähigkeit, wird der angesammelte Schaden auf die Gegner vor dir zurückgebracht. Oh, eigentlich voll kratzt, ne? Ja. Aber volle Pulle. Ja, damit kann ich leben, also. Dieser Sprungangriff, es taugt gar nichts. Oh, das Ding hier ist geil. Ja, überleg mal, du machst das da am Anfang, alle ballern auf dich und dann zack fallen sie alle tot um. Das ist schon, das hört sich krass an. Also, diese Map da oben habe ich aber irgendwie noch nicht so richtig vorgegeistert. Warum? Weil wir uns immer von hier wegbewegen irgendwie. Jetzt sind wir wieder da. Hä? Ich muss dir gleich nochmal erklären, was du meinst. Ich hab schon mal eine Mini-Karte. Ja, wir brauchen ja manchmal uns reißen, also so zickzack hier, dann ist das manchmal weiter weg. Neue Hose habe ich. So, guck mal, jetzt renne ich hier hin. Achso, das ist die falsche Richtung wahrscheinlich. Aber das auch. Egal, wo ich hinrenne, ich renne nicht in diesen Kegel rein, sondern immer wieder weg. In den Kegel? Ja, du siehst doch oben auf dieser Map diesen Kegel. Ja, diesen Dreieck. So ein Winkel, genau. Ja. Ich renne weiter weg davon. Meinst du den grünen Punkt oder was? Ja. Das bin ich. Achso, und wo bin ich? Ja, in der Mitte, den grünen Sichtkegel bist du. Achso. Das ist mein Sichtkegel. Achso. Hier ist Eisen, komm her, und der Lootkiste. Ach, du hast mich immer verwirrt, aber. Ich dachte, das bin ich auf der Map. Ich denke, wer meint der denn hier ist? Du musst nochmal zurückkommen ins Eisen und in der Lootkiste. Oh, da kannst du nicht mal abkürzen, Alter. Kannst du nicht mal. Ey, das ist nervig. Wie meinst du, was meinst du mit abkürzen? Na, ich wollte hier oben runterspringen. Ja, nee, nee, das haben sie nicht eingebaut. Hast du Eisen aufgehoben? Nee, hab keins gesehen. Hier ist Eisen. Hier müsste Eisen liegen. Hier irgendwo. Ah, ja, ja. So, jetzt habe ich schon wieder irgendwas gelootet. Ich auch. So, okay. Also, guck mal, ich mache jetzt einen Schlag. Nahkampf. So. Und jetzt kann ich den nächsten gleich machen. So, jetzt. Ja, gleich. Schlag. Also, gleichzeitig. Also, wir. Naja, nee. So. Ja, ich habe auch. Und jetzt? Der Cooldown ist unten links. Unten links siehst du das. Na, eben deinen Namen. Das ist ein Nackkampf. So viel Codant hast du halt. Ey, das ist extrem lang, Alter. Ja, aber habe ich bei mir auch. Das ist halt so. So, jetzt machen wir. Wollen wir nochmal irgendwo hin zurücklaufen? Wegen deinen Deckung. Ach, nee. Jetzt geht das jetzt. Machen wir gleich, wo mehr Deckung ist, dass du das mal übst. Was denn? Hier ist nochmal Eisen. Ich muss nochmal zurückkommen. Er findet das einfach nicht. Man kann nicht runter hier, Alter. Ist das doch ein Scheiß. Du dich immer auf so was aufregst, so krass. Ja, weil ich extra jetzt drum herumlaufen musste, statt runter zu springen. Jetzt auch nochmal Eisen. Das war halt, in Destiny war das halt nicht so beschränkt. Du konntest hinlaufen, dann konntest du runter springen. Und wenn du in dein Tod gesprungen bist, hast du Becher. Aber du konntest das wenigstens. Aber du konntest das nicht. Hier ist eine Lootkiste. Oh, ich bin schon dabei, hier die Tür aufzumachen. Ja, dann hier ist eine Lootkiste. Warte, ich bin noch zwei. Du bist immer zu schnell. Hier. Nein, 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 nein. Damals siehst du mich nicht? Nee. Ach dort? Da oben ist eine Lootkiste. Ah. Ist noch irgendwas hier vorliegen? Nein, dieser holen Sohn ist ein sehr spezieller Gegner. Seit kurzem bin ich das auch. Ich habe schon lange keine Dokumente mehr gesehen. Nee. Ich suche aber eigentlich auch nicht danach. Hier ist eine Lootkiste. Also, da sieht man den Unterschied. Hier vorne bin ich. Ja, du suchst halt richtig. Ich bin irgendwie eigentlich... Ich habe das eigentlich nicht richtig kapiert. Was hast du da nicht kapiert? Wo ich drüber springen kann und wo nicht anders. Das geht mir auf den Sack. Am besten nirgendwo. Einfach den Scheißweg langlaufen. Gar nicht erst versuchen, aber drüber zu springen. Du kannst drüber springen irgendwo. Wahrscheinlich wo dieses Deckungsding. Wenn der Kampf losgeht. Und es drückt ab nichts. Oh, jetzt kommt der Bosskampf. Den meine ich. Der war knackig gewesen. Ach so? Ja, der war knackig. Okay. Mach dir auf was gefasst. Da war der von gerade nichts gegen. Echt? Ey, du sitzt mal bis heute abends noch, um den Idioten fertig zu machen. Also, war damals für mich so. Wo ich alleine gefühlt habe. Oh, guck dir den an. Das sieht aber gar nicht mehr so gut aus. Oh, guck mal, der pflastert so. Oh, schön. Macht uns ja einen schönen Weg, dass wir nicht runterfallen. Junge, da solltest du mal zum Arzt. Weil du kaufst deine Knochen hinten raus. Ja. Oh, jetzt habe ich schon eine Fähigkeit. Das ist vollidiot. Was labert der? Der wird mir reden lauter, Junge. Der legt jeweils solche Mienfelder hin. Da kannst du nichts mehr hinlaufen. Da gucken so Stacheln raus. Oh, Eisensinger. Oh, Alter, macht der Schaden. Alter, ey, mich hat was. Gerade als ich meine Fähigkeiten gezündet habe. Ey. Ja, stirb. Schön auf den Schädel. Was, wo ist er hin? Er ist weg teleportiert. Obst du, er heilt sich nicht? Ekelhafte Schimmler. Nee, das macht er nicht, aber... Was im Mienenlegen? Ich muss jetzt drauf aufpassen. Alter. Auch der heilt sich nicht, ne? Der macht auch da ekelhafte andere Sachen. Aber wieso heile ich mich nicht, Alter? Ich schieße auf den. Ja, du musst im Nacken auf dir. Wie gesagt, im Nacken. Ich gehe doch da jetzt nicht hin. Ja. Bin ich das lebensmüde. Ey, der Idiot hat ja auch irgendwelche Minen. Kann man die kaputt schießen? Nee, scheinbar nicht. Oh, 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 oh. Der ist hinter uns. Boah, Alter. Boah, überall diese Mienen, Alter. Aber ich mache im Nacken einen Schlag und er heilt sich nicht. Vielleicht musst du töten oder so? Deine Fähigkeiten nutzen? Ja, was... Wieso soll ich mich heilen, wenn ich... Den schlage ich doch nicht mit zwei, drei Schlägen tot hier. Weil... Oder deine Fähigkeiten nutzt im Nacken. Ich kann ja auch heilen. Aber ich heile mich im Schaden, wenn ich dir den Nacken schaden mache. Boah... Mach mal eine Barriere. Genau, mach mal. Kannst du da voll schießen? Ja, ich kann durchschießen. Ja, der Idiot ist mir richtig. Boah, der hat... Der hat eine Mine gemacht. Oh, ja. Boah, Alter, Alter, hat der... Oh, Schaden rausgekommen. Oh, Alter, Alter, oh. Sehst du? Google-Platz. Aber der hat es in sich, ey. Aber auf der Distanz kann ich mich schon. Oh, ja, genau. Mach mal wieder. Gib ihm, gib ihm. Reil mal, was macht der auch? Keine Ahnung. Hat der keinen Schaden jetzt gekriegt? Nicht viel. Von meiner Reflexion. Also, ich kriege Schaden, wenn ich den jetzt hier angreife, die ganze Zeit. Ich habe auch Schaden gekriegt. Also, ich meine Heilung. Ach so. Hast du das ja? Ja, Alter, Alter. Ich komme jetzt aber. Ich habe hier nochmal ein Schild. Boah, Alter. Alter, was ist hier los? Nein! 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 Kurz vor dem Hände! Ich wollte mich... Ah, scheiße, ey. Aber warte, ich gehe mal schnell einen rauchen. Ja. Warte, noch nicht zu ihm. Ich gehe dir irgendwas. Aber warte, ich gehe wieder inlaufen. Io-Ware Er gibt mich wieder. Alles im Bereich. Ich gehe dir visa. Ich gehe jeselissionen. Geischdi, im世io 들�zer. Dann habe ich einen Vaccine. cache das... Darum, wenn ich an.